Ich glaube, es wird auch verzündet und in mehreren Hoffnungen sein. Auch da würde ich lange bescheuern. Ja, ja. Vielleicht auch noch ein bisschen was im Haus da hier einbauen. Ich kriege das Geld ja jetzt nicht, aber ein paar Jahre. Und bis dahin müsste hoffentlich die nächste Corona-Welle und auch Finanzwetter dann bloß sein. Und wenn man nicht, dann warten kann man ein bisschen. Das Bild, nämlich die über 60 sind ja die erste, die hat ja auch die erste, die man mal betrachtet ist, die man in Wiesbauer als Rassismus. Die 60 ist der erste Fälle, das ist eigentlich zehn Jahre verbunden. Und dann kommt dann der 65. der nächste und dann die Ganderwetter, die könnte ich ja auch schon abholen. Ach so, ich habe es schon mal mit. Die Kandidaten sind auch, ja, keine Kandidaten vorziehen, also abholen. Aber es ist mit 18. Die 60 setzt da noch die Starteneränder ein. Also so, weil wir noch ein bisschen was machen. Das muss ein bisschen was machen. Das war mal wieder auf der 65. Ja. 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 Ich glaube, da kannst du deinen Bauplatz auf den Eichlinger fahren, in der Stichsäge, in der Haftung, 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 in der Haftung. Und wenn sie nicht irgendjemand beschweren sind, dann werden die Haftung einfach bilden, wenn die Haftung in der Haftung, 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 in der Haftung. Und wenn sie sich da schenkt, dann kannst du die Autofahrt und du kannst sie ausfüllen. Dann haben wir so eine Heistelle geprägt, dass wir uns bei der Haftung, weil jetzt werden sie es halt verkaufen. Das ist aber sehr verlassen, das Ganze. Es gab ja Präne, der hat zwei Partikel in den Haftung gebaut. Also es ist schon eine Weile, aber es soll ja ein Werk geschlossen werden. Ich habe das jetzt seit ein paar Wochen umgegeistet, aber dass das mal ausfüllen ist. Anbach trifft war nicht schon, oder? Ja, das ist schon... Ja, das ist schon... Ja, das ist schon... Ja. Vielen Dank.